Hallo ihr Lieben, so jetzt sind wir beim dritten Teil und jetzt gehen wir mal auf die Plattform. Wenn ihr eingebt, audiohofman-ministries.com, kommt ihr auf die Startseite, wo steht Gott hat gute Nachrichten für dich. Und dann habe ich ein paar Bibelferse aufgezeigt und ihr seht einen großen Button, wo drauf steht Zugang zum Online-Medienbereich mit vielen Videos und PDF. Weiterhin unten ganz normal Impressum und so weiter diese Dinge und dann seht ihr Telegram Broadcast. Es gibt also bei Telegram, dahin bin ich gegangen, weil das einfach vom Datentransfer einfach wirklich sehr gut ist. Anders jetzt wie bei WhatsApp zum Beispiel kann man da viele gute Dinge machen, aber auch wie bei dem Messer, der Tomate, ist es so, dass Telegram von vielen auch rechtsradikalen und komischen Gruppen genutzt wird. Auch christliche Gruppen gibt es dort sehr, 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 sehr viele, aber das interessiert mich nicht. Für mich ist wichtig gewesen, es ist ein super Tool, mit dem ich arbeiten kann. Gott hat gesagt, das soll ich nehmen, also habe ich das genommen. Und dann gibt es mehrere Broadcasts. Also es gibt den ersten täglichen Beiträgen, Videos, Inspiration. Das ist ein Broadcast, wo es im Moment sogar jeden Tag einen Beitrag gibt. Für manche ist es zu viel. Man muss ja auch nicht jeden Tag immer den aktuellen hören. Ich wiederhole oft auch Dinge, aber gerade neue Beiträge sind oftmals dort wirklich als erstes. Dort mache ich auch Ankündigungen, wenn es mal einen Bibelstudientag gibt oder wenn ich angefangen habe, eine neue Reihe auf die Homepage hochzuladen. Also diesen Kanal kann man abonnieren. Der hat ganz allgemein Audiobeiträge, aber auch Videoreihen teile ich dort öfter mal. Also im Moment läuft da gerade jeden Samstag wiederholen wir die Reihe, die Videoreihe, biblische Wahrheiten für die Jüngerschaft. Und das ist auch etwas, das kann man als Einsteiger, als Beginner absolut mitmachen. Es gibt ein Heft dazu, beziehungsweise PDF. Dort habe ich einzelne Bilder gemalt mit Kurzinformationen und Bibelstellen und erkläre dort, ich glaube insgesamt sind es paarundzwanzig Videos, meine ich. Also es sind auf jeden Fall einige, erkläre ich viele biblische Wahrheiten, die man Jüngerschaft, heißt biblisch Nachfolger. Also ich bin ein Jünger Jesu, wie damals diese Zwölf, bin ein Nachfolger. Deshalb bin ich dann auf diesen Weg gekommen und jetzt will ich Gott nachfolgen. Und in dieser Reihe biblische Wahrheiten für die Jüngerschaft gibt es richtig, richtig, richtig viele Wahrheiten und auch Unterschiede. Und da kann man wirklich auch mitmachen oder man geht dann später, zeige ich euch gleich, wo das ist, in den Seminarbereich und guckt da, Mensch, mit welchem Video will ich denn da starten. Man muss diese Dinge nie nacheinander wegmachen. Also das ist nichts, was aufbauend ist, es sei denn, Teile sind zum Beispiel Teil 1, A, B, C, D, E. Dann weiß man, okay, das gehört irgendwie so ein bisschen zusammen. Findet ihr dann aber auch raus, wenn ihr auf der Plattform so unterwegs seid. Aber solche, diese Hefte, wie zum Beispiel biblische Wahrheiten für die Jüngerschaft oder auch andere, ich werde ja auch alle nochmal mit euch besprechen, was ich da gemacht habe, könnt ihr einfach querbeet machen. Das heißt, ihr könnt das Heft durchgucken und könnt sagen, Mensch, da gibt es zum Beispiel ein Video, das heißt von der, jetzt muss ich gerade selber gucken, wie es heißt, Eigenverantwortung, Fremdverantwortung zum Beispiel. Ist ein sehr gutes Video, wo wir über die Opferhaltung sprechen, die oftmals noch in uns Menschen so drin ist. Dann gibt es zum Beispiel ein Video, das heißt, ich muss manchmal selber gucken, in die Herrlichkeit. Es geht da irgendwie in die Herrlichkeit. Moment, ich gucke jetzt trotzdem doch nochmal nach. Da biblische Wahrheiten für die Jüngerschaft. Ihr kommt da dann auch immer, zeige ich euch gleich über den Button zum Seminar rein. Da gibt es zum Beispiel eins, vom Paradies über die Hölle in die Herrlichkeit. Ist auch ein Video, das absolut für den Anfang super geeignet ist. Und dann halte ich da vom Annehmen und Abgeben. Geistliche Entwicklung, dass es immer weiter aufwärts geht. Und Neugeburt und geistliches Wachstum. Wenn der Teufel wettert, gesteuert von geistlichen Mächten, bleib auf deiner Spur, der Leib Christi, der Feind und seine Verführungen, Welt und Reich Gottes, Unterschiede alter Neuer Bund, die richtige Reihenfolge bringt Segen. Also das sind zum Beispiel alles Titel von Herrlichkeit und Heiligkeit von dieser Reihe. Also das ist zum Beispiel eine Reihe, da kann man auch mal reingehen und kann einfach gucken, Mensch, was spricht da jetzt irgendwie mit mir? Und das gucke ich mir jetzt mal an. So könnt ihr da anfangen. Und ihr habt in dem Broadcast, wie gesagt, wiederholen wir das gratis Samstags. Dann gibt es einen Broadcast, der Audio-Reihen-Broadcast. Das ist ein Broadcast, wo wirklich komplette Reihen schon drin sind. Da war damals die Reihe Jesus kennenlernen oder Gott kennenlernen durch das Jesaja-Buch. War eine so der ersten Reihen, die ich da gemacht habe. Das Johannesevangelium findet man dort auch. Dann keine Kompromisse. Dann haben wir vor ein paar Jahren, ich glaube, das ist mittlerweile schon drei Jahre her, haben wir zehn Wochen lang, das war so über die Sommerferienzeit, habe ich Themenwochen gemacht. Das heißt, ich habe immer eine Woche lang ein Thema genommen, zum Beispiel Glaube oder Gebet oder Finanzen. Also das findet ihr dort in dem Telegram-Podcast, findet ihr da auch diese Themenwochen. Also es ist einfach ein Sammelsurium von Reihen. Dann gibt es den Gebets-Broadcast, der liegt im Moment so ein bisschen prach. Dort gibt es viele Gebete auch. Ich habe nämlich einmal ein Buch geschrieben, das hieß Kraftvolle Gebete an den Psalmen orientiert. Die Psalmen sind ja im Alten Testament und im Alten Bund. Und wenn man die jetzt nur so liest, kann man eigentlich auf falsche Wege kommen, weil man nicht in Betracht hat oder nicht im Kopf hat, dass ja Jesus am Kreuz was gemacht hat in der geistlichen Welt. Das ist überhaupt so etwas, das würde ich euch jetzt somit am Anfang empfehlen, dass ihr euch mit dem Evangelium beschäftigt. Da gebe ich euch auch noch ein paar Tipps jetzt hier in dieser Reihe, was ihr euch da anhören könnt. Und dann habe ich dieses Heft gemacht und habe Büchlein Gebete an den Psalmen orientiert. Da habe ich quasi die Psalmen in Gebete umformuliert, so dass sie eben auch zu diesem neuen Bund passen und damit eher auch biblisch sind, weil halt Jesus ja was gemacht hat. Bei vielen Christen nicht gemocht, was für mich einfach völlig logisch war. Ich habe euch im ersten Beitrag gesagt, Anti-Jehova haben wir nicht. Also es ist niemand gegen Gott, aber Anti-Christus. Und alles, was mit dem Kreuz in Verbindung steht, wo Christus was für uns gemacht hat, ist für manche christliche Gemeinschaften ein Dorn im Auge, weil sie eben antichristlich leben, obwohl sie von Jesus erzählen. Das muss man schon so radikal sagen, das gefällt vielen nicht. Und es ist doch ein kraftvolles Büchlein gewesen. Und dann hat damals jemand diese Gebete eingelesen. Die findet man da auch, den kann man sich dann auch anhören. Mittlerweile gibt es dieses Büchlein so nicht mehr, sondern das komplette Büchlein ist integriert in ein Heft oder Buch, PDF. Könnt ihr euch auch herunterladen mit dem Titel Mutmacher aus den Psalmen. Dort habe ich viele, 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 viele gute Dinge auch über das Evangelium aufgeschrieben. Plus die Gebete, die gab es noch oben drauf. Also dieses Heft Mutmacher aus den Psalmen ist sicherlich auch eine gute Sache. Und da kann man auch, wenn man gerade so am Anfang steht, auch einfach mal reingucken. Also spricht nichts dagegen. Und dann gibt es den Telecam-Podcast Mein Weg zurück ins Leben. Der ist jetzt gerade von mir aktiviert worden die letzten Wochen, weil ich den Eindruck hatte, die Plattform um den geistlichen, also da gibt es ja hauptsächlich diesen geistlichen Bereich, den biblischen Bereich, um einen Bereich mit Körper, Geist, Seele zu erweitern. Da zeige ich euch gleich, wo ihr das findet im Medienbereich. Und dort spreche ich überwiegend über Dinge, auch aus meinem alten Leben und bringe vieles von den Irrlehrern, wie damals das Gesetz der Anziehung oder andere Sachen, die man da gemacht hat. Oder auch aus dem Bereich Ernährung, aus dem Bereich der Pflanzenkunde, weil Gott hat ja vieles in unserer Schöpfung gemacht, über den Körper, also alles das, was ich so in meinem früheren Leben auch gemacht habe, als ich in diesen Lehren unterwegs war, dass ich die Dinge ins richtige Licht drücke. Da bekam ich von Gott den Auftrag, rück die Dinge ins richtige Licht. Und dort findet man halt dann auch Dinge zur Psychologie, Stressmanagement, die verschiedensten Sachen. Und dafür habe ich einen eigenen Podcast angelegt, der heißt Mein Weg zurück ins Leben. Da gibt es dann zum Beispiel auch ein tolles Brotrezept. Ich backe immer so ein Dinkel-Vollkornbrot. Dann habe ich das mal eingestellt. Also da gibt es dann auch mal solche gesunde Sachen, von denen ich einfach so auf dem Herzen habe, dass ich die teilen kann. Und das hat ja jetzt nichts mit dem geistlichen Bereich zu tun, aber mit dem körperlichen Bereich, also Körper, Geist, Seele. Das ist der Broadcast, Mein Weg zurück ins Leben. Dann habt ihr den nächsten Reiter über uns. Also es gibt ein paar Menschen, die einfach noch im Hintergrund auch mit dabei sind. Da steht also ein bisschen was jetzt zu diesem Weg. Da muss ich mal gucken, warum ist da die obere Zeile nicht? Stimmt was bei der Programmierung nicht? Muss ich mal gucken. Dann der dritte Punkt ist Arbeitshefte und Bücher. Da mache ich euch einen eigenen Beitrag drüber, indem ich einfach euch aufzeige, um was es da in diesen einzelnen Heften geht oder in den Büchern. Taschenbücher, Arbeitshefte. Also das Erste ist jetzt gerade hier. Keiner legt sich mit meinem Gott an. Es ist ein Heft zu einer Audio-Reihe, die ich gemacht habe. Muss ich auch noch mal was ändern. Ich habe hier Videoreihe. Es ist eine Audio-Reihe. Es muss geändert werden. Also ihr findet auch immer mal noch kleine Fehler. Es schaut einfach drüber weg. Es ist nicht das, worum es jetzt wirklich geht. Keiner legt sich mit meinem Gott an zum Beispiel. Das ist schon ein bisschen knackiger, weil ich da nicht mehr auf solche Basics eingehe, sondern wir gehen da schon auch dann ins Alte Testament. Wir gucken uns Abraham an. Wir gucken uns Mose an. Wir gucken uns Josef an. Also nicht den Vater von Jesus, sondern Josef von Abraham, Isaac. und dann Söhne, die Söhne von Jakob. Das ist schon ein bisschen knackiger. Da werde ich aber was dazu sagen, wenn wir einfach all diese Hefte, wenn ich da mal durchgehe und euch grob sage, was da drin ist und wann ihr das nehmen könnt oder wofür es ganz gut ist. Ihr habt dann hier schon bei den Taschenbüchern und Arbeitshefte schon so einen Bereich zurück zum Menü. Und wenn ihr da drauf geht, zurück zum Menü, kommt ihr gar nicht mehr auf die Hauptseite, sondern ihr seid dann eigentlich schon direkt im Online-Medienangebot drin. Da bin ich am überlegen, ob ich das nicht noch ein bisschen anders gestalte. Da muss ich mal gucken. Also man ist dann tatsächlich schon in diesem Medienbereich drin. Die nächste Rubrik ist kostenloser Medienbereich. Da gehen wir gleich hin. Dann habe ich noch das Leitbild, also der Verein. Es gibt also einmal den Verein Claudia Hofmann Ministries, der allgemein nützlich anerkannt ist. Das heißt, wenn Menschen diesen Dienst unterstützen wollen, haben sie mehrere Möglichkeiten. Entweder man unterstützt den Dienst über eine Spende, die man auch dann, da kriegt man auch eine Spendenbescheinigung für, die man dann bei der Steuer einreichen kann. Das kann man ganz normal dann über den Dienst machen. Oder man unterstützt mich zum Lebensunterhalt, weil ich habe ja kein Gehalt. Also ich beziehe vom Verein kein Gehalt oder so etwas, sondern alles, was ich mache, mache ich von Herzen für den Herrn, unentgeltlich. Aber von irgendwas muss ich ja nun mal leben. Also in der Welt geht es jetzt halt hier mal, nicht ohne, dass man irgendwie Geld hat. Und da gibt es die Möglichkeit, mich persönlich einfach zum Lebensunterhalt zu unterstützen und das dann halt mir zu geben mit dem Hinweis Unterstützung Lebensunterhalt. Und das sind dann Dinge, die dann auch von mir natürlich an die Finanzverwaltung gemeldet werden, dass ich dort Geld bekommen habe. Und dann geht das auch alles steuerlich seinen Weg. Das findet ihr dann unter der Rubrik Geben und Partner. Ja, was ist irgendwie ein Partner? Ein Partner ist jemand, der einfach sich regelmäßig beteiligt. Also der einfach sagt, Mensch, ich will, dass die Claudia sich auch irgendwie auf mich verlassen kann, dass ich da einfach sie regelmäßig unterstütze, dass sie diesen Dienst tun kann. Und dann kann man das als Partner machen. Dann habe ich nochmal eine Rubrik gemacht mit Seelsorge-Coaching, wo ganz klar drinsteht, dass ich keine Seelsorge mache und kein Coaching anbiete, weil einfach der Heilige Geist unser Lehrer ist. Aber jetzt, wo ich so über die Plattform gehe, sehe ich so das eine oder andere, werde ich jetzt auch nochmal ein bisschen ändern. Für euch wichtig ist dann dieser kostenlose Medienbereich. Wenn ihr da reingeht, dann findet ihr untereinander, so in so ein bisschen türkis, grün, bläulich, verschiedene Rubriken. Broadcast, Audiobeiträge. Dann der nächste Button ist Videos, Inspiration, Gedankenerneuerung. Ich sage euch gleich, was das alles ist. Der nächste Punkt ist Seminarreihen, Video und Audio. Der nächste Punkt ist Themenbereiche. Dann kommt in der anderen Farbe abgesetzt der Körper, Geist, Seele, Medienbereich. Dann kommt Projekt, wir lesen zusammen in der Bibel. Dann kommt Livestreams und Treffen. Dann kommt Dienst unterstützen. Gratis-Downloads, Arbeitshefte und Taschenbücher. News und Termine, PDF-Downloads für Bibelstudium und geistiges Wachstum. Und dann Shirts & More Online-Shop. Also da habe ich mal so ziemlich, zu Beginn habe ich so ein paar Designs gemacht. Da gibt es diesen Spreadshop, wenn ihr den kennt. Der hat sehr gute Qualität an T-Shirts, aber auch Taschen, Tassen, Mützen, alles Mögliche. Und da hatte ich mal irgendwann mal so ein paar Sachen designt. Die habe ich dort hochgeladen. Also es ist jetzt nichts, da weiß ich nicht, fünf oder zehn Mal im Jahr kauft da mal jemand was. Also das ist nichts, wovon ich lebe. Aber es war auch irgendwie jetzt zu schade, die Dinge da blind liegen zu lassen. Ich habe immer mal gedacht, ich habe schon mal so eine eine oder andere Idee gehabt, was ich da designen könnte. Habe ich aber bisher nicht gemacht. Weil halt so ein ganz normales Business, ich tue was und bekomme dafür Geld, ist eben nicht mehr meine Aufgabe. Sondern meine Aufgabe ist, über Gott zu erzählen, diese Plattform zu füllen und Dinge zur Verfügung zu stellen. Es kann jetzt sein, wenn du mal später reingehst, weil du diesen Beitrag hörst, dass die Dinge ein bisschen anders angeordnet sind, gehen wir einfach mal kurz die Begrifflichkeiten durch. Broadcast-Beiträge-Audio. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr in einen Unterbereich, wo ihr wieder seht, eine Verlinkung zu den Telegram-Kanälen. Das sehe ich auch. Da muss ich auch mal ein paar Dinge aktualisieren. Und dann seht ihr in Rot Beiträge 2020 und 2021, 2022, 2023, 2024. Das heißt, die Beiträge sind nach Jahren geordnet. Und in diesen Broadcast-Beiträgen, das sind alles Audios. Das sind jetzt keine Videos, das sind nur Audios. Und zwar nach Jahren sortiert, wie ich sie eingesprochen habe. Das Ganze läuft so, dass ich bei Telegram Monat, also die Beiträge, die kommen, ich sage jetzt mal täglich, und am Ende des Monats, also wir haben jetzt Ende Juli, 30. Juli, spreche ich diesen Beitrag jetzt gerade ein. Und jetzt haben wir in ein paar Tagen Anfang August. Das heißt, Anfang August werde ich alle Beiträge, die im Juli erschienen sind, hier hochladen in den Juli. Also wenn ihr jetzt dann zum Beispiel ein Jahr anklickt, wir sind jetzt gerade bei 2024, dann seht ihr, da steht jetzt Juni 2024. Und das sind all die Beiträge, die im Broadcast bei Telegram dort im Juni veröffentlicht worden sind. Dort könnt ihr, hier könnt ihr euch die jetzt auch anhören, könnt ihr euch runterladen, irgendwo speichern, extern, ihr dürft die weiterleiten, das dürft ihr alles machen. Spannend sind natürlich auch so diese älteren Beiträge. Beiträge ist alles dann nach Monaten sortiert. Wenn ich den Monat fertig habe, also ich sage jetzt mal Anfang August, lade ich die Beiträge von Juli hoch auf den Server, verbinde die hier mit dem Medienbereich. Und was ich dann noch mache, dass ich Beiträge auch gewissen Themenbereichen zuordne. Das zeige ich euch gleich, wo ihr die findet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beitrag gesprochen habe über Beziehungen und Partnerschaften, dann würdet ihr den hier finden bei den Beiträgen. Aber ihr würdet ihn zum Beispiel auch dann im Themenbereich Beziehungen finden, weil ich den da einfach nochmal verlinke. Das heißt, ihr habt einzelne Beiträge unter Umständen mehrmals auf der Plattform verlinkt, weil es zu einem bestimmten Themenbereich einfach passt. Auch gewisse Audio-Reihen habe ich auch komplett mal in den Themenbereich verlinkt, sodass, wenn ich jetzt im Themenbereich Gebet zum Beispiel aufmache oder Partnerschaften, Beziehungen oder Leiterschaft für eine Gemeinde oder ihr Lehren, dann findet ihr dann schon die Dinge an mehreren Orten. Einfach, dass ihr euch da nicht wundert. Es ist nicht, dass ein Beitrag an einer Stelle abgelegt ist, sondern immer irgendwo passend auch an mehreren Stellen. Bis hin, dass ich jetzt auch viele Beiträge in dem Bereich Körper, Geist, Seele übernommen habe. Allerdings gibt es jetzt grundsätzlich keine Beiträge der Körper, Geist, Seele Plattform hier auf dieser Hauptplattform. Also ich werde jetzt auf dieser Hauptplattform. Ab und zu habe ich das mal gemacht, wenn ich den Eindruck habe, es ist irgendwie wichtig, oder dann, um dann auf den Körper, Geist, Seele Bereich hinzuweisen, dass ich zum Beispiel einen Beitrag über Ernährung jetzt trotzdem im Broadcast gebracht habe, hier im Geistlichen, weil ich auch geistlich über das Thema Ernährung und Körper spreche, weil es einfach dazu gepasst hat. Aber grundsätzlich findet ihr dann diese Beiträge über Körper, Geist, Seele nicht unbedingt hier in dem Hauptbereich Geist, wo es um das Geistliche geht. Dann habt ihr unten ein Projekt. Wir lesen zusammen in der Bibel. Das ist ein Projekt, das gibt es immer noch, immer mal wieder, dass wir komplett ein ganzes Buch aus der Bibel gemeinsam lesen, und zwar Kapitel für Kapitel, und ich dann auch Ergänzungen gebe. Da könnt ihr schon auch als Neulinge einfach mal reingehen. Und dann gibt es bestimmte Dinge, die versteht ihr dann vielleicht noch nicht. Macht einfach nichts. Dann übergeht ihr das einfach. Es wird immer Dinge geben, wo Gottes Geist zu euch spricht und was ihr aufnehmt und was ihr dann auch versteht. Also stresst euch da nicht. Aber zum Beispiel ist ein kurzes Buch, das Buch Ruth, ich glaube, das sind nur vier Kapitel, mit dem Themenbereich Gottes Loyalität kennenlernen. Das war zum Beispiel echt eine super Reihe. Dann das Johannesevangelium. Das habe ich euch ja schon im ersten Beitrag empfohlen. Wir müssen dringend über Jesus reden. Da lesen wir wirklich das komplette Johannesevangelium. Und dann seht ihr aber zum Beispiel, gibt es den Hebräerbrief. Den gibt es sogar zweimal. Also ich habe einmal den Hebräerbrief, also da habe ich es dann halt Alter und Neuer Bund genannt. Ich habe doch irgendwo, nein, oben, genau, Hebräerbrief. Habe ich es aus der Neuen-Gemfer-Übersetzung, also aus einer einfacheren Bibelübersetzung, lesen wir komplett den Hebräerbrief. Den Hebräerbrief, den finden wir auch in dem Heft, aber da sage ich nochmal was zum alten Neuen Bund, weil der Hebräerbrief ein Brief ist, der sehr viel diese Bündnis aufgreift. Und vielleicht sage ich an der Stelle nochmal was Wichtiges. Wenn wir in der Bibel lesen, haben wir die vier Evangelien. Die vier Evangelien sind von vier Personen aufgeschrieben worden, die zum Teil, ich sage mal, als würde ich jetzt heute Dinge aufschreiben, die mein Opa noch gesagt hat, was zu Kriegszeiten zum Beispiel im Krieg los war oder in Deutschland los war. Also noch sehr, sehr, sehr nah an der Quelle der Ereignisse. Das lesen wir auch im Lukas-Evangelium zum Beispiel, dass Theophilus Lukas gesagt hat, nein, umgekehrt, Lukas zu Theophilus gesagt hat, Lukas hat ja geschrieben, ich habe alles genau damals selber recherchiert und verfolgt und ich schreibe dir das jetzt hier der Reihe nach auf, dass du weißt, dass die Dinge wahr sind, die du da gehört hast. Also da sind schon, man kann schon davon ausgehen, dass die Dinge auch so geschehen sind, wie es geschildert ist. Es heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, das heißt, von Gottes Geist inspiriert. Es gab immer Menschen, die Gott beauftragt hat, die der echte Gott, wir müssen ja schon heute sagen, dieser eine echte Gott, den es gibt, es gibt noch viele Götter, die Bibel spricht davon, dass diese Götter eben nutzlos sind. Also es gibt viele Götter, aber die sind nutzlos. Ich weiß vielleicht auch an der anderen Stelle noch mal was dazu sagen. Also es gibt diese Evangelien, die im Grunde genommen die Geschichte Jesu erst mal beschreiben. Von seiner Geburt, von den Propheten angekündigt, als Messias, der die Juden endlich befreit aus der Knechtschaft der Finsternis, vom Teufel aus dieser geistlichen schlechten Welt, endlich freikauft, darauf haben sie alle gewartet, darauf hat alles hingedeutet. Und auf den haben sie gewartet und jetzt kam der. Und dann wird halt berichtet, okay, was hat jetzt Jesus zu seinen Lebzeiten hier, in diesen dreieinhalb Jahren, wo er eigentlich erst nur aufgetreten war, nach seinem 30. Geburtstag oder um seinen 30. Geburtstag, waren es ja nur dreieinhalb Jahre, die er gewirkt hat. Und dann ist er ja schon ans Kreuz geschlagen worden. Was ist in diesen dreieinhalb Jahren so passiert? Also darüber sprechen die Evangelien. Aber wenn wir in die unsichtbare Welt gehen, dann hat eben mit dem Kreuz, dass Jesus dann ans Kreuz gegangen ist und ist für unsere Sünden gestorben und ist auch nicht am Kreuz geblieben, sondern ist auferstanden, dass da was in dieser unsichtbaren Welt passiert ist. Und dort gibt es sehr, 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 sehr viel Verwirrung in christlichen Kreisen. Da spreche ich auch sehr viel drüber in diesem Dienst, weil viele irreführenden Gemeinden das den Menschen vorenthalten. Was also wirklich in diesem unsichtbaren Bereich passiert ist und was das für uns Menschen bedeutet eigentlich. Also die Evangelien waren davor. Und dann ist quasi Jesus gekreuzigt worden, ist er auferstanden worden. Dann ist das nächste Buch die Apostelgeschichte. Dort lesen wir auch noch am Anfang von Jesus, dass er halt den Jungen auch noch mal begegnet ist. Und dann lesen wir eben von dem Weg der Apostel. Und dann geht es über in die Briefe. Und die Briefe, das könnt ihr euch so vorstellen, der Brief an die Galater. Also ihr lest zum Beispiel Galater. Galater Brief. Was ist der Galater Brief? Der Galater Brief ist ein Brief, den Paulus an die Gemeinde in Galatien, also ich glaube, das ist jetzt in der Türkei, geschrieben hat. Oder Ephesus oder Korinth. Korinth ist zum Beispiel ein Griechenland. Und ich möchte zum Beispiel gerne noch mal so ein bisschen diese Missionsreisen, die Paulus damals gemacht hat, um den Menschen von Jesus zu erzählen, von Messias, von Christus. Hat er also bestimmte Städte, hat er bereist, kam ja dann auch bis nach Rom, ist da auch mit dem Boot. Also diese Missionsreisen sind, sieht man von wo nach wo ist er da gefahren. Das mache ich zum Beispiel in der Reihe biblische Wahrheiten aus der Apostelgeschichte. Dort gehen wir die komplette Apostelgeschichte durch und dort habe ich auch in dem Heft die Missionsreisen aufgeführt von Paulus. Aber das ist jetzt für den Anfang eigentlich, muss man, ist das jetzt nicht primär. Da kommt ihr dann irgendwann hin und dann macht ihr das. Ich würde das jetzt am Anfang, würde ich andere Dinge machen. Aber die Briefe sind also Briefe, die Paulus, Petrus, wir haben die Briefe von Paulus, der Hebräerbrief, da weiß man nicht, wer der Verfasser ist. Manche denken, das ist Paulus. Ich glaube nicht, dass es Paulus war. Sage ich auch an manchen Stellen, warum ich das nicht glaube, weil die Briefe von Paulus sich in den Eingangsformeln einfach sehr ähneln und da ist es komplett anders. Deswegen glaube ich nicht, dass er von Paulus war. Aber es spielt auch keine Rolle. Dann hat halt Petrus einige Briefe geschrieben und Jakobus. Und dann haben wir halt am Ende, am Ende haben wir dann die Offenbarung. Die Offenbarung ist von Johannes geschrieben. Das ist im Grunde genommen, die Zeugen Jehovas sprechen dort von Armageddon. Also das ist quasi so dieser letzte große Kampf. Da habe ich auch schon einiges drüber gesprochen. Ich sage euch da nochmal was an anderer Stelle dazu. Wäre jetzt nicht dieses Buch, das ich primär lesen würde, auch als Neuling nicht, aber auch als Christ nicht unbedingt. Da spreche ich an anderer Stelle auch im Dienst darüber, warum nicht. Das kriegt ihr dann auch alles mit. Aber dann gibt es halt so ein paar Pappenheime, die meinen jetzt, es gibt auch viele Endzeitkanäle auf YouTube, die kann ich auch nicht empfehlen. Die versuchen halt irgendwie zu erforschen, wann kommt Jesus wieder, wie wird das alles genau ablaufen. Und Jesus selber hat eigentlich gesagt, das geht uns nichts an. Er weiß es nicht, er wartet auch auf den Befehl vom Vater, also von Gott selbst. Und die menschliche Natur, die will halt immer irgendwie sich genau um das kümmern, wo eigentlich Gott sagt, nein. Und deswegen sprechen wir auch über die Offenbarung, aber die könnt ihr jetzt einfach echt mal links liegen lassen. Wir kommen dahin, wenn ich euch von den 20 Basisseminaren erzähle, da gibt es ein Video, wo ich dann auch über die Offenbarung spreche. und das reicht wirklich für den Anfang absolut aus. Aber hier seht ihr, das sind einfach so verschiedene Briefe. Ich habe dann immer so einen Titel auch dazu gehabt. Und da könnt ihr, ja, können wir einfach gemeinsam mal ein Buch lesen. Und da werde ich euch immer wieder wichtige Dinge sagen, ergänzen, auf was hinweisen. Dann habt ihr immer diesen Button zurück zum Menü. Ja, wenn ihr da drauf kommt, kommt ihr immer zurück zu diesem Menü von dem Online-Medienangebot. Dann der nächste Punkt ist Videos, Inspirationen, Gedankenerneuerung. Das sind also Videos von den Jahren 2019 ab. Es gab auch 2018, aber ich habe euch gesagt, ich habe überwiegend diese Dinge gelöscht, weil damit der damals, der David Lichtenegger gemeint hat, er wäre von Gott geschickt. Er war definitiv nicht von Gott geschickt. Für mich war er echt vom Teufel geschickt. Der einzig nur die Aufgabe hatte, meine, damals noch, mein geringes Wissen über das Wort auszunutzen und damit mich irgendwie aufzuhalten. Aber wisst ihr, Gott kann niemand aufhalten. Wenn Gott einen Plan hat, dann kann das niemand aufhalten. Also ab dem Jahr 2019, 2020 und da könnt ihr euch auch als Neulinge immer mal wieder draufbegeben. Also das sind einfach einzelne Videos. Guckt dann einfach die Themen, wo habe ich den Eindruck, was spricht mit mir und dann könnt ihr euch da die Videos angucken. Also das ist so ein Bereich, bei den Broadcast-Beiträgen auch. Aber für das Fundament, für die Basis gibt es dann schon so ein paar Dinge, die werden vorrangig einfach sinnvoller. Auch da könnt ihr wieder zurück zum Menü. Dann ist der nächste Punkt, der nächste große Bereich, Seminar rein. Audio, Online-Seminare, Seminar rein. Und zwar zum einen Audios oder Videos. Es gibt Video rein und es gibt Audio rein. In der letzten Zeit habe ich mehr den Eindruck gehabt, Audio rein aufzuzeichnen, weil es einfach vom Handling viel einfacher ist. Es gibt aber auch Dinge, da weiß ich, da soll ich Videos machen. Also überwiegend Audios. Und da könnt ihr auch durchgehen. Also wenn ich gehe die jetzt einfach mal grob mit euch durch, zumindest mal jetzt Stand Juli 2024, dann habt ihr da einen guten Überblick. Also der erste Punkt ist Zugang zur Übersicht Mini-Reihen. Was ist das? Ich habe oftmals in bestimmten Reihen Themen aufgegriffen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal, ihr könnt mal runterscrollen, bis ich warte auch ein bisschen, bevor ich weiterklicke, sodass ihr das alles alle habt. Es geht dann da weiter. Audio-Reihe, Nahrung, Körper, Gesundheit. Keiner legt sich mit meinem Gott an, biblische Wahrheiten, Apostelgeschichte. Viele Dinge laufen noch, weil ich die Sachen auch parallel aufzeichne. Video-Reihe Wahrheitgeber, Hebräerbrief. Und dann die Audio-Reihe, Jesus lebt, er heilt noch heute. Das ist eine Reihe, die wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen. Wenn ihr da mal drauf klickt, kommt ihr also direkt zu dieser Audio-Reihe. Und es geht in dieser Reihe um Heilung. Heilung und Finanzen und das Leben im Heiligen Geist sind drei Themenbereiche, die sehr, sehr diskutiert werden im Reich Gottes. Dort findet ihr tausende unterschiedliche Meinungen. Und ich sage immer, in der Bibel gibt es keine Meinungen. Es gibt eine Wahrheit, die uns Gott zu sagen hat. Und wir alle sollten bestrebt sein, diese eine Wahrheit von Gott zu erfassen. Diese Einstellung haben halt nicht alle Gemeinden oder Menschen, die das Wort Gottes weitergeben. Und somit gibt es gerade in diesen drei Bereichen Finanzen, Heilung und Gesundheit und Leben im Heiligen Geist, was das bedeutet, dieser geistliche Bereich. Das sind drei Bereiche. Ich sage euch, das ist ein Schlachtfeld. Das ist wirklich ein Kriegsschauplatz, wenn man da guckt, was los ist. Und mich hat es eine Zeit lang beschäftigt, weil dieser, weil ich halt auf, also für mich war schon immer irgendwie, Gott ist gut, ja. Und ich habe zu damals, zu Coaching-Zeiten war klar, das Universum will nur Gutes für mich. Und dann bin ich mit den ersten Gemeinden in Kontakt gekommen, insbesondere hier vor Ort, eine freie evangelische Baptistengemeinde, die dann auch über bestimmte Prediger, es gibt so ein paar große Prediger, wie Rudolf Ebertshäuser, Lothar Gassmann, Olaf Latzel, gegen den ja mittlerweile gerade ein Prozess geführt wird, wegen Volksverhetzung. Also es gibt auch, Roger Liby ist auch ein Bibellehrer, der sehr, sehr, sehr bekannt ist, ja, weiß ich nicht, Zehntausende von Abonnenten. Gibt ganz, ganz, ganz schreckliche Dinge eigentlich auf diesem Markt. Und die vertreten halt bestimmte Wahrheiten, die einfach nicht biblisch sind. Und die, wie ich euch schon eingangs gesagt habe, bis in die dritte, vierte, fünfte Schicht bringen die dann Argumente, warum sie sagen, das ist die Wahrheit. Aber wenn man die komplette Schrift nimmt und wenn man alle Dinge in Abhängigkeit voneinander betrachtet, das heißt, biblisch, es muss biblisch erklärt werden und ausgelegt werden, dann sieht man, dass diese Beiträge eben falsch sind. Also so gibt es es eben für den Bereich Heilung und Gesundheit, für den Bereich Finanzen, da ist es genauso, und Bereich des Lebens im Heiligen Geist. Also da findet man sehr, sehr viel. Und ich habe damals gebetet und Gott hat mir gezeigt, weißt du, dort, wo so viel gestritten wird, liegt eine Wahrheit. Guck, dass du die Wahrheit findest. Dass du in meinem Wort die Wahrheit findest. Ich lehre dich. Und das ist dann auch passiert. Also Gott hat dann genau das gemacht und dann muss ich sagen, ja, genau das stimmt. Dort, wo am meisten Potenzial liegt, im Reich Gottes und in dem echten Glauben, dort versucht der Teufel am meisten zu wüten. Und das sind diese Bereiche. Heilung, Finanzen und Leben im Heiligen Geist. Deshalb ist es gut, nicht sich irgendwie verschiedene Meinungen anzuhören, sondern wirklich fundiert zu gucken, Mensch, was sagt die Bibel? Und alle Dinge, die ich sage, braucht ihr nicht einfach zu glauben, sollt ihr auch nicht. Es muss alles anhand der Schrift dargelegt werden. Und ich habe in diesen Bereichen einfach sehr viel gesagt. Und diese Heilungsreihe, will ich euch jetzt ja da mal gerade mal so ein bisschen diesen Teil, diesen Mini-Reihen da dran erklären. Diese Heilungsreihe, die ist so groß mittlerweile, wir sind noch nicht fertig, weil ich alle Heilungen aufgreife, die Jesus getan hat. Wir lesen dort ganze Kapitel aus der Bibel. Und diese Reihe ist auch für Einsteiger gut geeignet, weil ich den Eindruck habe, diese Reihe für Menschen zu machen, die tatsächlich krank sind und wirklich vielleicht auch Krebs haben oder andere Dinge haben und die vielleicht sogar man entlassen hat, weil man gesagt hat, nichts kann dir mehr helfen, dass die wirklich wissen, Mensch, also da gibt es schon noch was. Und will Gott überhaupt heilen? Es gibt christliche Lehren, die sagen, ja, Gott kann heilen, aber ob er mich heilen will? Also er sucht sich das aus und über all die Dinge rede ich auch und auch über diese Irrlehren. Und wenn ihr jetzt hier diese Reihe Jesus lebt, er heilt noch heute, gibt es zum Beispiel die Teile 2a, 2b, 2c, 2d, 2e und dann wäre das zum Beispiel so eine was wie eine Mini-Reihe. Später findet man hier Zuversicht, ja, Teile 4a, 4b. Das sind zwei sehr gute Teile, oder auch für Einsteiger oder Einsteiger, ich finde das Wort so blöd, sagen wir mal für Beginner, ja, also für welche, die gerade anfangen, sich damit zu beschäftigen, sind diese Teile 4a und B, sind einfach sehr gut, Zuversicht. Und dann habe ich manchmal, das mache ich so zwei, drei Mal im Monat, dass ich mir aus all den Sachen, die ich habe schon, auf der Plattform Mini-Reihen zusammenstelle. Und wenn ihr jetzt wieder zurückgeht, über den blanen Button, zurück zum Online-Seminar-Menü, dann kommt man jetzt wieder quasi zu den Online-Seminaren. Und wenn ihr jetzt mal zu den Mini-Reihen klickt, geht jetzt auch mal auf den Button Zugang zur Übersicht Mini-Reihen und dann seht ihr da zum Beispiel Mini-Reihe Zuversicht, ist jetzt bei mir hier ziemlich weit oben, weil das jetzt erst, ich weiß, ich glaube im Juni war, dass ich die verlinkt habe. Mini-Reihe Zuversicht, weil Jesus lebt, drei Teile. Dann habe ich dort quasi aus dieser großen Reihe kleine Teile irgendwie extrahiert. Und so habe ich das mit mehreren Sachen gemacht, wo ich gemerkt habe, Mensch, da ist thematisch, passt da was zusammen, habe ich solche kleinen Mini-Reihen erstellt. Genau, dann haben wir halt die Audio-Reise Beginning. Die beiden Teile, die werden auch oben stehen bleiben an der obersten Stelle, weil das für mich einfach so die wichtigsten sind. Also gerade diese jetzt, diese erste Reise Beginning, meinen Weg zurück ins Leben, werde ich auch so deklarieren. Für jeden, der neu hier auf die Plattform kommt, einfach mal eine primäre Reihe. Dann habe ich halt zum Beispiel Sammlungen von Beiträgen über Israel, also über die Juden, ja, dass Gott sein Reich aufbaut. Und dann hat man halt die verschiedenen Audio-Reihen. Audio-Reihe Der Weg ist das Ziel, Ziele und Visionen. Da habe ich zum Beispiel vieles aufgegriffen aus meinem alten Leben, auch über das Gesetz der Anziehung, habe ich da gesprochen. Dann ist die Reihe Keine Kompromisse. Die ist schon ziemlich heftig. Also die würde ich jetzt niemandem zu Beginn empfehlen. Da habe ich auch richtig harte Worte an Christen, die einfach gesagt haben, Mensch, ich gehe jetzt mit Gott und die zum Teil seit drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Jahren im Glauben sind, wo ich einfach sage, wo bringt ihr endlich mal gute Frucht hervor. Und da sage ich halt wirklich, Mensch, wir sind aufgefordert, Salz und Licht der Erde zu sein und wir sollten in unserem Glaubensleben keine Kompromisse machen. Also wenn ihr da reinhört, dann merkt ihr auch, da bin ich sehr energisch. Ja, da bin ich auch laut und da schimpfe ich auch mal. Aber das ist auch biblisch. Also das hat Paulus auch gemacht, weil es heißt auch, Jesus wird wiederkommen. Und wir wollen alle wandeln im Geist und auf diesem Weg, bis Jesus wiederkommt oder bis wir physisch sterben und dann in diese Herrlichkeit eingehen mit Gott. Und auf diesem Weg haben wir halt alle irgendwo einen Auftrag, auch das Reich Gottes zu repräsentieren. Und das nehmen manche halt echt auch auf die leichte Schulter. Und vielleicht bist du ja wirklich jemand, der sagt, oder ich sag mal, ich habe ja diese Person getroffen da in Spanien, wo ich einfach so den Eindruck hatte, das war einfach so entspannt. Natürlich habe ich viel geredet, aber ich bin nicht so auf Widerstand gestoßen, ja, so auf Rebellion und dass man halt permanent mit mir angefangen hat zu diskutieren, sondern die Person hat einfach nur zugehört und hat wesentliche Dinge ziemlich schnell erfasst. Aber war ja auch natürlich klar, dass diese Person dann auch der Kopf schwirrt vor so viel Neuem. Gönnt euch da einfach auch ein bisschen mal dann auch Ruhe und lasst es einfach mal sacken. Ja, ihr könnt an dieser Plattform, es könnt ihr euch abschminken, ja, ihr könnt euch abschminken, dass ihr da in zwei, drei Jahren durch seid. Es ist auch nicht das Ziel dieser Plattform. Es geht nicht darum, dass man einen Abschluss erreicht, wie in der Ausbildung oder wie bei einem Coach. Dann habe ich dann das Level zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und dann habe ich es gepackt. So ist es im Glauben nicht, sondern der Glaube ist eine lebendige Sache und bestimmte Dinge kommen auf einer anderen Stufe noch mal wieder in einer anderen Form. Man wächst immer weiter geistlich und dann hört man zum Beispiel die Reihe an, ich sage jetzt mal, vielleicht Heiligkeit, die Heiligkeitsreihe, dann hört man die heute an und der Heilige Geist spricht zu einem, dann hört man die in drei Jahren an und plötzlich merkt man, dass Gott ganz andere Dinge zu einem sagt, weil man einfach jetzt auch weiter schon ist. Also diese Dinge sind nicht so, dass man die einmal hört und dann hat man einen Haken dran und sagt, okay, habe ich jetzt gemacht, Haken dran, weiter geht's, so bis ich da mein Ziel erreiche, sondern das ist eine, es ist ein neues Leben und es ist eine lebendige Sache, die man einfach täglich praktiziert und nicht in Form von ich muss, ich muss, ich muss. Das ist definitiv der falsche Weg. Genau, dann habe ich die Audio-Reihe Nahrung, Körper, Gesundheit, Segen und Wohlstand. Die läuft auch gerade aktuell. Die kommt eigentlich aus dem Körper, Geist, Seele Bereich. Dort habe ich angefangen, über den Körper zu reden, also den Tempel des Heiligen Geistes und habe angefangen, die Bibel von Anfang an durchzugehen, erste Muse, zweite Muse, dritte Muse. So weit bin ich zumindest mal bis jetzt. Ich werde da so weit durchgehen, wie ich das gezeigt bekomme. Ich habe also angefangen, wieder die Bibel von Anfang an zu lesen und zu gucken, was hat die Bibel uns zu sagen über Nahrung, über den Körper, über Gesundheit, über Segen und über Wohlstand. Also darum wird es in diese Reihe gehen. Ich mache auch die Reihen immer so lange, bis ich den Eindruck habe, Gott sagt, so, jetzt kannst du Stopp machen, alles Wichtige ist gesagt. Also es kann sein, dass ich die ganze Bibel durchgehe. Es kann aber auch sein, dass nach den ersten fünf Büchern Mose Schluss ist und dann, ja, war es das, werde ich sehen. Ich kann das nie vorher sagen, wie weit es dann geht. Aber das ist so eine Reihe, da spreche ich halt viel auch über andere Dinge, also auch über den Körper, wie der verarbeitet, über, in einem Beitrag habe ich über Antibiotikum, Probiotikum, Präbiotikum gesprochen, über verschiedene Zusammenhänge, Zellen. Also ich komme ja auch aus diesem Gesundheitsbereich, meiner damaligen Arbeit. Also auch eine ganz spannende Sache. Und dann könnt ihr da draufgehen und gucken, Mensch, was will ich mir denn heute? Nicht, was will ich mir anhören, sondern was sagt Gott, was ich mit mir, was ich mir anhören soll. Dann die Audio-Reihe, Keiner legt sich mit meinem Gott an. Da haben wir ja eben schon das Heft gesehen. Also wenn ihr da zum Beispiel draufklickt, dann seht ihr, dann habt ihr das Heft, dann könnt ihr, dann gibt es das immer als Gratis-Download, als PDF. Oder ihr könnt es euch als Druckversion, das müsstet ihr euch dann halt kaufen. Wenn jetzt jemand sagt, ich hätte das gerne als Druckversion, Claudia, aber ich habe überhaupt gar kein Geld, ich kann mir das gar nicht leisten, jetzt diese Druckversion zu kaufen, dann schreibt eine E-Mail und dann schicken wir euch das vom Dienst aus zu und dann übernimmt das der Verein. Aber das Ziel ist natürlich, dass jeder Gläubige eben auch in so eine Art finanzielle Freiheit kommt, aber nach Gottes Regeln und nicht nach unseren. Also das ist so eine schöne Reihe gewesen, aber da könnt ihr, wenn ihr das wollt, könnt ihr, hört rein. Ihr merkt, okay, ist jetzt einfach noch ein bisschen zu viel für mich. Aber es wären jetzt nicht die primären Dinge. Dann haben wir Audio-Reihe, keine, genau, waren wir ja gerade, biblische Wahrheit und Apostelgeschichte. Das passt eigentlich auch zu der Reihe, wir lesen gemeinsam in der Bibel, da lesen wir die komplette Apostelgeschichte und wir lernen verschiedene Dinge. Ich spreche dann immer, was sagen die, was wird geschrieben über das Evangelium, über das Leben im Heiligen Geist, zur Gemeinde. Und ich sage euch, solche Sachen findet ihr auf keiner Bibelschule. Also ich kenne keine Bibelschule, die so arbeitet, Arbeitet, weil die meisten nur zum Ziel haben, ihre eigene Lehre, die sie sich gebastelt haben, raus in die Welt zu bringen. Aber dass so viel intensiv wirklich in der Bibel auch gelesen wird, habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich mich hervorhebe, aber ich merke einfach, Gott will hier wirken und er will wieder, dass einfach die Basis wieder zu den Menschen kommt. Dann gibt es eine Audio-Reihe Gemeinde, Gemeinschaft, Leib Christi und das Leben im Geist. Da könnt ihr auch mal draufklicken. Das ist eine ziemlich heftige Reihe. Dort geht es halt darum, wie lebt man in, was bedeutet das überhaupt, die Gemeinde Gottes, was ist die Gemeinschaft, was ist der Leib Christi, von dem die Bibel spricht. Aber da gibt es auch ein Video in der Reihe Biblische Wahrheiten für die Jüngerschaft. Da könnt ihr da reingehen, und könnt euch erst mal das angucken mit dem Leib Christi. Aber diese Reihe, die ist schon heftig und die ist echt knackig, insbesondere die Teile 4. Da spreche ich über heidnische Wurzeln in christlichen Gemeinschaften. Da braucht ihr halt auch jetzt erst mal ein bisschen Basis, dass die Bibel von dem Volk Israel spricht. Also ihr kennt alle Israel als Land, aber kennt ihr auch die Geschichte da hinten dran, außer dass man weiß, dass die Juden verfolgt wurden und unter Hitler in KZs gelandet sind und wurden vergast. Also ganz schlimme Dinge. Aber wenn man die Geschichte dahinter kennt, dann werden Dinge plötzlich gut verständlich und man weiß auch, was da passiert ist am Holocaust, warum das alles so passiert ist. Und das ist schon eine spannende Sache. Und die Bibel spricht eben von den Juden, vom Volk Israel. Das ist ein Volk, das von Gott ausgewählt wurde. Gott hat gesagt, die Juden sind mein Volk. So, jetzt könnt ihr euch schon eins und eins zusammenzählen, wenn es auch die böse Seite gibt, dann ist doch klar, wenn Gott sagt, das ist mein Volk, dass der Teufel sagt, okay, dein allerliebstes, dein Volk werde ich zerstören. Also wenn du Gott sagst, die Juden sind dein Volk, dann werden wir dein Volk zerstören. Und wenn ihr heute Dokus hört über die Juden, dann bekommt ihr alle möglichen Sachen erzählt, aber natürlich nicht die biblische Seite. Und dort finden wir halt vieles. Also da habe ich auch an vielen Stellen drüber gesprochen. Aber ich will euch ja ein bisschen Überblick geben. Und da ist wirklich so diese Reihe heidnische Wurzeln in christlichen Gemeinschaften erkennen, das ist eine Sache, die ist tatsächlich auch wirklich sehr spannend. Aber auch eine Reihe, die ich jetzt nicht direkt am Anfang machen würde, die ist schon ziemlich knackig auch. Dann gibt es die Videoreihe Wahrheitgeber, die würde ich euch tatsächlich auch nicht empfehlen, obwohl sie heißt Wahrheitgeber. Ja, da sprichst du doch Wahrheit. Ja, aber dort geht es halt viel darum, auf Unterschiede, was auch unser Leben angeht. Wichtig ist erstmal, dass man auf den Weg kommt und dass man aus Gottes Geist neu geboren wird, dass man wirklich umkehrt von seinem Leben in der Welt, dass man Gott sein Leben gibt, dass man neu geboren wird. Dann gibt es auch noch die Taufe, darüber rede ich auch nochmal. dass man wirklich diese vollkommene Lebensübergabe an Gott hat und dann geht es erstmal weiter, dass man halt befreit worden ist, dass man die Gnade bekommen hat. In der Reihe biblische Wahrheiten aus der Apostelgeschichte, äh, biblische Wahrheiten für die Jüngerschaft, das ich euch ja jetzt auch schon empfohlen habe, da gibt es ein Video, äh, da sag ich, die richtige Reihenfolge bringt Segen. Es ist einfach, es baut alles aufeinander auf und wenn man halt anfangen will, die Dachterrasse zu bauen, bevor man halt den Keller gemacht hat oder das Erdgeschoss, dann funktioniert das einfach nicht. Und wenn man Schmuh macht, nur damit man das Haus, damit man die drei, vier Stockwerke möglichst schnell hochgezogen hat und nur, weil man unbedingt die Dachterrasse will, dann sag ich euch, wird das halt zusammenkrachen. Ja, das wird alles zusammenkrachen, wenn es nicht gut gebaut wird und das ist, was da liegt, dieser Dienst echt wert drauf, der Herr oder ich auch, dass wirklich gut gebaut wird, weil dann kracht euer geistliches Haus, euer Glaubensleben auch nicht zusammen. Von daher, Wahrheitgeber, würde ich euch jetzt auch nicht so empfehlen. Auch die Audio-Reihe Hebräer Brief, Inspiration und biblische Wahrheiten, NGU, würde ich auch nicht unbedingt. Ich spreche an anderer Stelle über die Bündnisse und insbesondere in dem Einführungsbeitrag, das Vorwort der Reihe Johannes Evangelium, wir müssen dringend über Jesus reden. Da sag ich schon einiges über die Bündnisse und das reicht im Grunde genommen auch mal für den Anfang, bis man mal so ein bisschen auf dem Weg ist und dann kommt alles andere sowieso hinzu. Die Audio-Reihe Jesus lebt, er heilt noch heute, es ist diese große Heilungsreihe, kann ich auch für den Anfang gerade die ersten Teile wirklich gut, gut, gut empfehlen, weil ich dort viel, 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 viel drumherum erzählt habe, zu den Bündnissen, zu Gott, also wirklich auch einem Beginner irgendwo, also gerade die, sag ich mal, die ersten 10, 15 Beiträge bestimmt, also eigentlich könnte das auch weiterhören, aber der Schwerpunkt ist hier Heilung und trotzdem gehe ich viel auch auf den Glauben ein und auf Jesus ein und auf das Evangelium und die Bündnisse. So, dann habe ich die Video-Audio-Reihe Liebe und Gemeinschaft, das ist ein sehr heikles Thema, die, das Thema Liebe, ich nenne es mittlerweile immer Liebe, Liebe, das ist mein Wort dafür, weil es einen Unterschied gibt zwischen Humanismus und dem echten biblischen Glauben. Auch da, wisst ihr, ich habe diese Person, die ich da in Spanien kennengelernt habe, da habe ich schon solche tiefgründigen Dinge weitergegeben, also dass da der Kopf geschwirrt hat, wundert mich echt nicht, aber was soll ich denn sagen, wenn die Person mich fragt, ich kann ja jetzt einfach sagen, du, sag ich nicht, heute würde ich sagen oder spätestens nach dieser Reihe würde ich sagen, pass auf, ich gebe dir einen Link, hör dir doch einfach mal die Beiträge an, die ich da gesprochen habe und dann reden wir nochmal und wenn du dann halt immer noch meinst, das ist so für dich der Weg, dann gucken wir weiter. Aber da war zum Beispiel, habe ich dieser Person auch schon erklärt, ja, in den ersten Gesprächen, dass in der Welt das so ist, die Menschen haben sich von Gott abgewendet. Ich habe ja gesagt, es gibt keinen Anti-Jehova-Geist, sondern einen Antichristlichen, Antichristus-Geist, der die Menschen von der Wahrheit fernhält, das heißt, man nimmt die Bibel und nimmt, ja, baut da halt was draus und in der Welt ist es so, dass diese, diese humanistische Sympathie, also es wird vieles als Liebe bezeichnet, obwohl die Bibel auch von verschiedenen Begriffen von Liebe spricht, also es gibt verschiedene griechische Begriffe zu Liebe und das, die höchste Form von Liebe ist Agape und das ist so eine göttliche Liebe, das ist halt so was ganz anderes, wie wenn ich sage, ich liebe dich, ja, wenn ich, wenn ich Jesus nicht habe, wenn ich Gott nicht habe, wenn ich nicht neu geboren bin und ich sage zu meinem Mann, wie ich das halt in der Welt früher auch gemacht habe, ich liebe dich, dann ist das ja nur was, was ich aus meinem menschlichen irgendwie hervorbringen kann und das ist nicht das, worum es im biblischen Glauben geht und man hat halt in den christlichen Kreisen angefangen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen statt Gott und das ist auch wieder so ein kleiner Unterschied, der den Unterschied macht. Ich lebe ganz anders, wenn Gott meine Nummer eins ist, wenn er der Mittelpunkt ist, weil dann gucke ich erst mal, was hat er mir zu sagen und wenn er mir in der Bibel zu sagen hat, pass auf, es gibt Menschen, auch wenn die sich Christen nennen, von denen halte dich fern, dann hat es Priorität, während halt in den Gemeinden, also für mich hat es Priorität, weil er halt Gottes Wort für mich dann Priorität hat, Gott selber, was er mir zu sagen hat und wie er das möchte und in den christlichen Gemeinden zum Beispiel, da steht der Mensch im Mittelpunkt, also da toleriert man gewisse Dinge in den Gemeinden, die nicht gut sind, die auch schädlich sind für das Reich Gottes und auch im Grunde genommen dann ja auch für die Menschen, das toleriert man, weil man will ja einem Menschen nicht auf den Fuß treten, da geht alles darum, hauptsache piep, 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 wir haben uns alle lieb, wir nehmen uns an den Händen und zum Essen beten wir alle ganz fleißig und bitten Jesus, dass er unser Essen segnet und hocken zusammen, aber wenn man die Menschen außerhalb der Gemeinde hat, sieht man, dass sie eigentlich nicht viel anders sind als die Menschen der Welt und das ist nicht das, was den echten Glauben ausmacht, sondern dieser echte Glaube, da machen wir einen Unterschied und da sagen die Menschen, Mensch, was ist denn in dem Leben anders? Was ist denn da anders in dem Leben? Bei den meisten Christen ist da nur anders, dass sie halt sondags irgendwo in die Kirche gehen oder in die Gemeinde, ein paar Gemeindefeste haben, aber was Gott zu sagen hat, spielt keine Rolle. Oder habe ich es selbst erlebt, als ich damals in der FEG war, der Freien Evangelischen Gemeinde war das, da habe ich mit einer Frau gesprochen, die hatte ein paar Kinder, ich weiß gar nicht, drei oder vier und die kam aus einer anderen Gemeinde und dann hat die gesagt, dann habe ich gesagt, ja und wieso seid ihr jetzt hierher gekommen? Und dann sagt die, weil das Kinderprogramm hier so umfassend ist. Das kann nicht sein. Ich kann mir nicht eine Gemeinde aussuchen, weil mir da der Veranstaltungskalender gerade so gut gefällt, weil es da halt für die Kinder Freizeiten gibt. Es gibt auch dann die Royal Rangers, die ich halt auch nicht für so gut halte, obwohl alles unter christlichen Werten läuft, aber man bringt den Menschen zum Beispiel nicht die Wahrheit über das Evangelium und über die wahrhafte Umkehr und über so viele andere Dinge, die wichtig sind. Das wird halt einfach ausgeblendet und man reduziert den Glauben auf eine Lebensphilosophie von Liebe, 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 Gemeinschaft. Hauptsache, wir haben uns alle lieb und wir sind wertschätzend miteinander. Das ist eigentlich nicht das, was wir in der Bibel finden. Aber das passiert, wenn der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird. Deshalb ist es auch zum Beispiel in meinem Leben, steht überall Gott im Mittelpunkt. Auch wenn ich wieder heiraten sollte, wobei ja halt dann die Bibel sagt, da heißt es ja auch dann, wer eine Geschiedene heiratet, begeht Ehebruch. Dann gibt es dann so ein paar super Bibeltreu, sich nennende, die dann quasi sagen würden, ja, dich heirate ich nicht, Claudia, weil da steht ja, wer eine Geschiedene heiratet, begeht Ehebruch. Und ich sage, ja klar, du hast mal wieder das große Ganze überhaupt nicht verstanden, weil ich war schon geschieden, als ich zum Glauben kam. Das heißt, ich bin eine neue Schöpfung geworden und die Scheidung ist mein altes Leben. Also im Grunde genommen gelte ich vor Gott, als wäre ich nie verheiratet gewesen. Wenn ich verheiratet gewesen wäre, als ich Gläubig geworden bin, dann hätte für mich gegolten, dass ich mich nicht scheiden lasse und dann hätte ich mich auch nicht scheiden lassen. Aber jetzt bin ich an einem ganz anderen Punkt. Also da habe ich auch mal in einem Livestream darüber gesprochen. Aber das findet man dann auch im Themenbereich Beziehungen. Da habe ich auch schon eines. Also wie gesagt, beim Thema Liebe, Liebe gibt es ein bisschen, gibt es einiges zu sagen. Da bin ich auch noch dran, dass ich alle Begriffe über Liebe, das sind ja dann Hunderte, aus der Bibel zusammentrage und den Kontext darstelle, in dem das Wort Liebe gebraucht wird, weil viele Gemeinden benutzen die Dinge und sie holen es einfach komplett aus dem Kontext raus. Dann gibt es die Audio-Reihe Geistlich kämpfen ist es Krieg. Ist auch eine sehr gute Reihe, wenn es dann halt darum geht, geistlich kämpfen zu lernen, weil wir halt uns in, ja, es gibt diesen unsichtbaren Bereich. Gibt es auch in der Rubrik 20 Basisseminare, da kommen wir gleich mal hin, ein gutes Seminar. Aber das ist auch was, das würde ich jetzt nicht am Anfang hören. Genauso wie die Reihe Freiheit eines Christen, Freiheit, die frei macht und Dienstanweisung für einen Unterteufel. Das ist, ich sage jetzt mal, das ist dann so die Stufe 2, 3. Also es ist nicht mehr eins, ist aber auch noch nicht 5, 6, 7, 8, so richtig harte Kost, wo es dann wirklich auch tief reingeht in das Wort und man da echt eintaucht drin und noch mehr Zusammenhänge erkennt, erfasst. Sondern das ist schon gut, aber jetzt würde ich jetzt auch nicht direkt am Anfang, weil ich halt in vielen Begrifflichkeiten spreche, die einfach vielleicht noch fehlen. Dann gibt es die Reihe Mutmacher, Gott meint es gut mit uns. Das ist auch eine gute Reihe, die kann ich auch, auch so Stufe 2, 3 empfehlen. Dort gibt es ein Heft dazu, da werde ich gleich noch mal was dazu sagen, weil eigentlich ist das Heft entstanden aus zwei Online-Seminaren, deswegen gehe ich da gleich drauf ein. Dann haben wir eine Audio-Reihe, wieder wir lesen gemeinsam in der Bibel das Buch Ruth. Dann die Videoreihe, wir müssen über die Heiligkeit Gottes sprechen, die ist aus dem Jahr 2022, auch schon wieder zwei Jahre her. Auch eine ziemlich knackige Reihe, auch nichts für den Anfang. Also ich sage mal so eine 4, 5. Also es ist schon auch ziemlich knackig. Wobei, wenn ich so einteile, komme ich gar nicht auf eine 10, sondern hat unsere Skala 6 oder 7. Also es ist so die dritte Etappe. Audio-Reihe, mein Glaubensbekenntnis, da sage ich was, wenn ich die Hefte mache, weil das ist eigentlich eine Reihe, die beruht auf einem Heft. Dann genauso wie die Audio-Reihe, kleine Aufmerkungsreihe Psalmen, beruht auch auf einem Heft. Da bin ich in Psalmen reingegangen. Kann man auch am Anfang hören, wenn ihr das wollt, könntet ihr da auch reingehen. Aber sage ich noch mal was dazu, wenn wir zu den Heften gehen. Dann die Videoreihe Biblische Wahrheiten für die Jüngerschaft ist definitiv ein Heft, eine Reihe, die man so ziemlich am Anfang mitmachen kann. Vielleicht versteht ihr noch nicht alles, das ist aber auch nicht schlimm. Ich habe immer schöne Bilder dazu gemalt, die die Dinge noch mal ein bisschen verdeutlichen sollen. Ist wirklich auch eine gute Sache. Dann die Videoreihe, der Segen Gottes für seine Kinder, kommt auch aus dem Heft. Da sage ich auch noch mal was, wenn ich beim Heft bin. Da habe ich einfach die Hefte genommen und habe einzelne Beiträge gesprochen daraus. Dann haben wir wieder Audio-Reihe Judasbrief. Da lesen wir wieder zusammen den Brief. Genauso Johannes-Evangelium. Das 21 Teile aus dem Jahr 2021. Aber ich dachte, das war 20. Na egal, ist auch wurscht. Also schon ein bisschen älter. Das war mal ein Adventskalender. Im Dezember haben wir das gemacht. Und zwar habe ich da jeden Tag ein Kapitel gemacht und die Infoboxen geschrieben. Ich war wirklich immer den ganzen Tag beschäftigt. Erstes Audio zu machen, das komplette Kapitel zu lesen, die Beiträge zu ergänzen, was wichtig ist. Und dann das Ganze noch, die Infoboxen zu schreiben, Ergänzungen zu geben. Also da war ich pro, war ich echt. Da war ich sehr beschäftigt. Das hat viel, viel, viel Zeit gekostet, diese Reihe. Aber die ist auch sehr, sehr gut für den Anfang, weil ich viele Dinge auch so ein bisschen an der Wurzel erkläre. Also das ist auf jeden Fall eine Reihe, die empfehle ich euch sehr. Insbesondere gibt es da halt auch vier Videos, die dann auch schon ein bisschen tiefer reingehen, auch in den geistlichen Bereich, in diesen unsichtbaren Bereich. Und das ist schon ganz gut, wenn man das vielleicht auch mal gehört hat. Dann die Videoreihe 20 Basisseminare. Da gehen wir gleich mal rein. Ich mache jetzt einfach mal fertig, aber dann würde ich gerne mit euch in die Videoreihe 20 Basisseminare noch mal gehen. Dann kommt Audio-Reihe Alter, Neuer Bund. Unterschiede erkennen. Ist auch nicht so für den Anfang gedacht. Ist schon ein bisschen knackiger. Dann Jesus kennenlernen durch das Lukas-Evangelium. Ist auch eine gute Reihe. Da hole ich aber nur einzelne Teile raus. Aber das ist viel Wahrheit. Also es ist auch eine Reihe. Kann man auch machen. Aber vorzüglich würde ich sagen, Johannes-Evangelium und dann diese Basisseminare. Aber dann auch das Johannes, Jesus kennenlernen durch das Lukas-Evangelium. Da ist schon viel, viel, viel gute Wahrheit dabei, die man auch in Gemeinden so nicht hört, weil man nicht drüber spricht. Dann die Videoreihe Hör auf zu glauben, Lügen und Wahrheit. Das ist ein Reload, habe ich es genannt. Und tatsächlich habe ich auf dem Herzen, diese Reihe noch mal komplett neu aufzunehmen. Aber ihr könntet die auch. Ist auch so eine Reihe nach Johannes-Evangelium, biblische Wahrheiten. Kann man da auch schon mal reinhören. Sind 51 Videos. Ich sage euch den Hintergrund. Damals hieß das Heft noch Jesus liebt dich immer. Es war so ein kleines Büchlein. Und aufgrund diesem Jesus liebt dich immer habe ich diese Videoreihe gemacht. Also da habe ich dann quasi vorgelesen, was ich geschrieben habe und habe dort viele Dinge aufgegriffen. Und diese Reihe ist gut für all jene, die aus gewissen christlichen Kreisen kommen. Weil ich spreche Dinge auf. Ist zum Beispiel heiraten. Ist das, also das Mönche und Nonnen nicht heiraten. Ist das überhaupt biblisch? Wenn man ein Übergabegebet spricht, ist das richtige Dinge. Also ich greife viele Dinge auf, die man eigentlich in christlichen Kreisen so beigebracht gekriegt hat. Also wenn du jetzt jemand bist, der gerade aus dem Katholischen kommt, aber auch aus dem Evangelischen oder vielleicht sogar aus irgendwelchen Gemeinden oder orthodoxen Richtungen, ist die Reihe wirklich gut. Wobei ich halt vorlese aus dem alten Büchlein Jesus liebt dich immer. Mittlerweile habe ich das komplett neu aufgelegt. Und dieses Heft heißt auch, hör auf zu glauben. Also wenn ihr das Heft oder PDF habt, heißt das, hör auf zu glauben, was du geglaubt hast, über den Glauben geglaubt zu haben. Weil manche müssen erst mal wie so ein Blatt Papier, man muss erst mal alles ausradieren, was da in Bezug auf Glauben man da gelernt hat, auch in der Schule oder in der, war man vielleicht im Konfirmationsunterricht oder bei der Firmung, Kommunion, gerade die ganzen Heiligenverehrungen in der katholischen Kirche. Also da ist vieles, 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 wo wir falsch geprägt worden sind. Und diese Reihe räumt damit so ein bisschen auf. Deswegen heißt es auch Lügen und Wahrheiten. Ich habe also immer, das ist die Lüge und was ist die Wahrheit. Und das Heft dazu ist richtig gut geworden, weil ich auch vieles ergänzt habe. Deswegen Reload. Die Videos sind noch alt, quasi aus dem alten Heft. Vielleicht drücke ich mich auch noch nicht so gut aus, weil das war ja auch sehr Anfangszeit von meinem Glauben. Heute würde ich die Dinge vielleicht noch mal ganz, noch mal ein bisschen besser erklären können. Aber vom Grundsatz her wirklich eine super Reihe, um mal ein bisschen die alten Lügen, die man vielleicht in Bezug auf den Glauben in seinem Kopf hat, mal aufzubrechen. Also definitiv auch eine Reihe, die man ganz am Anfang gut hören kann. Dann 1. Petrus, das lesen wir wieder in der Bibel. Das würde ich einfach alles mal ein bisschen nach hinten schieben. Salomus Weisheiten ist auch eine harte Speise. Warne ich ein bisschen vor. Gibt sie auch auf YouTube. Natürlich sind da Wahrheiten drin. Aber es geht am Anfang darum, Werksgerechtigkeit und Glaube. Das sind so zwei Parallelen. Ich sage euch, wo ihr da Dinge dann drüber findet. Man fällt halt leichter rein. Okay, ich verhalte mich jetzt gut. Und damit ist alles gut. Und das ist halt nicht so der Fall. Und Menschen, die halt dazu neigen, so Macher zu sein und viel zu tun, die können sich da ein bisschen in die falsche Richtung verlieren. Deswegen sage ich Salomus Weisheiten nicht unbedingt jetzt so am Anfang, obwohl es natürlich Wahrheit ist. Dann kommen auch noch mal wieder Briefe. Dann Videoreihe Gott durch die Psalmen kennenlernen ist auch gut, eine gute Reihe. Das ist eine Videoreihe, die ich mal gemacht habe. Die kann man auch ganz gut am Anfang mal hören. Gott kennenlernen durch das Jesaja-Buch. An diese Reihe erinnere ich mich noch sehr gut. 2021, es war eine Audio-Reihe. Da habe ich den Eindruck gehabt, Gott sagt, fang an, aus Jesaja vorzulesen. Und zwar das, was ich dir zeige. Und ich weiß noch, die ersten vier Beiträge, die sind so hart. Ich glaube auch, da ist der Ton noch nicht so gut. sei da einfach nachsichtig. Ich kann das nicht noch mal so einsprechen, wie ich das damals gemacht habe, weil ja Gott mich da geleitet hat. Ich habe auch da aus der Guten-Nachricht-Bibel vorgelesen und in den ersten vier Beiträgen, das war so knackig, das war so knackig, dass ich gedacht habe, Gott, was sagst du da? Sag ich, das ist ja so hart, was ich da den Menschen sage. Die fühlen sich ja richtig verdammt. Und dann ab dem fünften Beitrag habe ich plötzlich gemerkt, was Gott vorhat. Also man muss echt die ersten vier Beiträge, muss man vielleicht ein bisschen schlucken, wenn man die Sachen hört, die ich da sage. Aber dann merkt man, wie es halt wirklich reingeht in diesen neuen Bund und was Gott gemacht hat. Von daher auch echt eine gute Reihe. Ihr findet die auch in dem Telegram-Podcast-Audio rein. Ich glaube, es war sogar die erste, die ich gemacht habe. Dort drin. Und das habt ihr halt alles ohne Werbung. Ohne Werbung, ohne Ablenkung. Und ich sage euch, das ist in diesem Bereich sehr wertvoll, weil der Teufel lauert an jeder Ecke. Es ist im Moment unfassbar, was es dort gibt auf den YouTube-Kanälen. Ich halte mich da von allem fern auch. Dann die Videoreihe Christliches Zeitmanagement. Das ist auch so was von am Anfang gewesen. Das geht schon so ein bisschen Richtung Coaching, wobei wir natürlich die biblischen Sachen uns angucken. Ist sicherlich auch was, kann man mal machen. Aber würde ich jetzt einfach auch nicht am Anfang machen. Wichtig ist jetzt mal, dass ihr so eine richtige Basis bekommt. Das ist jetzt mal das Wichtige, das man für sich ein Fundament baut. Und da ist die Audio-Reihe Galaterbrief, Evangelium der Gnade im Galaterbrief entdecken. Da lesen wir den kompletten Galaterbrief, also den Brief, den Paulus an die Gemeinde in Galatien geschrieben hat. Und diese Reihe ist auch sehr gut. Es sind sieben Beiträge, weil es sind sieben Kapitel. Und da spreche ich auch viel über das Evangelium der Gnade, weil nämlich die Galater, also die da in dieser Gemeinde gewohnt haben, die haben also Jesus angenommen als den Messias, als den Retter. Aber dann haben sie angefangen und wollten es wieder selber machen. Und darüber sprechen wir. Und das machen viele. Die kommen zum Glauben und die bekommen die Gnade Gottes und den Geist. Und dann wollen sie selber gute Taten vorweisen. Und dann fällt man in so eine Werksgerechtigkeit rein, die einfach einem auch schaden kann. Und da sprechen wir so ein bisschen drüber. Also das ist auch eine ganz gute Reihe da. Dann haben wir noch Jakobusbrief, bringe den Glauben in die Handlung. Würde ich auch erst mal ein bisschen hinten hinschieben. Gehen wir mal zurück, scrollt mal wieder ein bisschen hoch zu dieser Videoreihe 20 Basis-Online-Seminare. Ist auch interessant, steht so ein bisschen untereinander. Johannes-Evangelium, würde ich sagen, absolute Nummer 1. Und dann kann man auch mal da in diese Videoreihe gehen. Da könnt ihr euch auch jetzt schon parallel drin bewegen für den Anfang. Das sind 20, die habe ich 2019 gemacht, 20 Basis-Online-Seminare. Ich habe es noch Webinare genannt, aber dann fiel mir ein, dass dieser Begriff geschützt ist. Eigentlich darf man das so nicht nennen. Aber so habe ich die Titel geändert. Aber vielleicht sage ich da irgendwo auch noch mal Webinar. Gut, muss man jetzt einfach drüber weghören. Da habe ich das aufgebaut und die kann man durcheinander hören. Ich sage euch mal, für den Anfang ist auf jeden Fall das erste Aufbau der Bibel. Das kann man sich wirklich mal anhören, weil da erkläre ich, wie sind die Bücher aufgebaut, Altes Testament, Neues Testament. Das ist definitiv was. Das ist für den Anfang mal echt gut. Dann Online-Seminar 2, Waffenrüstung des Geistes, sinnvolles Gebet. Kann man auch mal überspringen und mal später anhören. Auch Online-Seminar 3, das Fleischkreuzen. Da geht es halt darum, wie der Teufel uns halt manipulieren will. Auch eine gute Sache. Aber eher primär erst mal den Teil 4, gefallene Schöpfung und Evangelium. Damit ihr mal wisst, um was geht es denn da überhaupt? Um was ist denn überhaupt das Evangelium? Das ist ein gutes Online-Seminar. Da habe ich das mit so einer Art PowerPoint zusammengefasst. Das ist auch eine gute Sache. Und das nächste, Gottesbewusstsein versus Selbstbewusstsein. Da habe ich dann schon mal die Unterschiede aufgezeigt. zwischen der Persönlichkeitsentwicklung, im Coaching, der Psychologie und dem Glauben. Also das ist auch wirklich eine gute Sache. Dann der Teil 7, zum Beispiel, geistliches Wachstum und Reife erlangen. Was bedeutet das wirklich? Und dann auch Teil 8, wo liegt dein Fokus? Also das sind alle wirklich wichtige Dinge. Aber auch der Teil 9, da erinnere ich mich auch noch, da habe ich einen Teil aus dem Coaching aufgegriffen, die logischen Ebenen der Veränderung, wo die Verführungen liegen. Also wo schon der Teufel einfach abzwackt. Und das ist ein gutes Online-Seminar, wo ich drüber spreche, wo ihr schon mal wirklich einen guten Blick darauf bekommt, wo zieht mich der Teufel weg? Oder wann kann der mich überhaupt verführen? Wann kann der mich überhaupt in eine falsche Lehre verführen? Und da packt er uns oft an diesen Grundängsten, die wir Menschen haben. Und über die spreche ich da. Also dieser Teil 9 ist echt wirklich super, super, super. Genau auch der Teil 10, Umgang mit dem Unbekannten und dem Unsichtbaren. Weil wir reden hier jetzt wirklich von der geistlichen Welt. Und da braucht man mal ein bisschen Verständnis dafür, was da los ist. Teil 11, Endzeitrede Jesu und Offenbarung, das ist auch schon ein bisschen knackiger, aber da sieht man halt auch, okay, worum geht es jetzt hier im Glauben überhaupt? Was hat das mit dieser Endzeitrede auf sich und mit dem, wo die Zeugen Jehovas so draufspringen, die Offenbarung, also Armageddon, der letzte große Kampf, worüber ja auch im Koran geschrieben wird, dass also Jesus, der Prophet, also nicht der Sohn Gottes, sondern der Prophet und auch die Zeugen Jehovas leugnen, dass Jesus Gott ist. Also die sagen, der ist ein Mensch, der ist der Sohn Gottes, aber damit schneiden sie halt auch all die Zeugen Jehovas von der Kraft Gottes ab und sie bringen halt keine Verbindung, dass Jesus das fleischgewordene Wort ist, wovon die Bibel spricht. Also da sind eigentlich kleine Unterschiede, die aber einen enormen Unterschied ausmachen. Und da spreche ich halt darüber. Und dieser Endzeit Jesu und der Offenbarung und auch da die Fallen des Teufels erkennen. Und dann Teil 12, welche Motivation haben wir? Und da muss ich auch sagen, diese Begegnung da in Spanien, das war einfach so wertvoll. Ich habe dann dieser Person erzählt, dass Jesus gesagt hat, wer in diesem Leben irgendwas aufgibt, ob Häuser, Eltern, Kinder, Äcker, wie auch immer. Man wird es um Jesu Willen und des Evangeliums Willen, der wird es in diesem Leben hundertfach empfangen und dazu das ewige Leben. Und da habe ich dann gesagt, weißt du, Gott ersetzt dir das alles. Der wird dir das alles ersetzen. Und dann hat die Person zu mir gesagt, weißt du, und ich meine, das war am zweiten Tag, ja, also es war am zweiten Tag, wo ich diese Person kannte. Das hatte einfach schon so ein hohes geistliches Niveau. Das war echt unfassbar. Das habe ich so noch nie erlebt. Wirklich noch nie. Und ich bete wirklich, dass das echt ist und dass Gott da wirklich zieht und diese Person auf einen echten Weg bringt. Und was zum Beispiel total super war, ich habe dann dieser Person gesagt, pass auf, diese Reihe Johannes Evangelium würde ich jetzt dir empfehlen und den Film Die Pilgerreise. Und dann, als ich dann zu Hause war, hat die Person mir ein Foto geschickt und da sage ich, okay, guck gerade Die Pilgerreise. Und ich habe dann halt meine Taschenbibel geschenkt und die Person hat, glaube ich, auch schon reingeguckt. Das ist einfach, einfach mal zu lernen von jemandem, der vielleicht in diesem geistigen Bereich weiter ist. Also ich sage, was jetzt zum Beispiel Mann und Frau angeht, ja, ist ja auch so eine Sache. Manchmal denke ich, okay, ein Mann traut sich irgendwie gar nicht in meine Nähe, weil der irgendwie denkt, oh, ich hänge da so hinten dran. Aber ich kann das halt auch trennen voneinander. Also ich, es wird wahrscheinlich jetzt keinen Mann geben, der so weit geistlich da drin ist, wie ich das bin. Und wenn ein Mann das jetzt davon abhängig macht, dass er mich heiratet, weil er sagt, die ist ja geistig viel weiter, das ist nicht das, worauf es ankommt. Das heißt ja auch in der Bibel, eine zänkische Frau ist wie so ein Tropfen der Dachkennel, aber eine verständige Frau ist vom Herrn. Also eigentlich kann ein Mann sich ja dann freuen, wenn er mich kriegt. Aber wenn halt der Teufel an dem Mann einredet, naja, du bist da nicht gut genug, das ist Quatsch, weil ich kann als Frau zu dem Mann hochgucken und er kann das Familienoberhaupt sein, auch wenn ich geistlich vielleicht einfach in Dingen weiter bin. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also aber trotzdem habe ich echt mich auf so einem geistlichen Niveau schon mit jemandem, der gerade erst mal einen Tag vorher von mir da erzählt hat, was ich da mache, waren das echt schon Dinge, die schon richtig ja, fortgeschritten waren. Und da kamen also schon viele Dinge, wo mir echt so ein bisschen der Mund auch offen stand, dass das so irgendwie so erfasst wurde. Ja, wo war ich? Genau, bei der Motivation, genau. Also welche Motivation hat man? Und da war auch in diesem Gespräch zum Beispiel, habe ich das ja erzählt, da mit Markus, und dann sagt die Person zu mir, ja, aber weißt du, ich merke, dass ich das jetzt noch tun würde, um irgendwie von Gott mehr zu bekommen. Da ist das, das ist noch nicht so richtig. Weißt du, da habe ich diese Person angeguckt, da habe ich gesagt, weißt du, sag ich, was du gerade machst, da sind so viele Christen, die dem Kanal folgen, die schon seit Jahren gläubig sind, haben diese Gedanken nicht. Sag ich, im Grunde genommen ist ja, in der Welt sagt man, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Also an sich selbst wahrzunehmen und zu erkennen, dass die Haltung noch nicht stimmt, ist sowas von genial. also da ist der Weg frei, damit Gott verändern kann, weil man im Grunde genommen, ich sage mal in Anführungszeichen, Buße getan hat. Also man beugt sich vor Gott, man sagt, okay, also ich bin einfach jetzt ganz ehrlich, ich kann das so noch nicht und bei mir ist das so noch nicht, wo ich einfach sagen muss, also Moment mal, ich habe dir gestern das erste Mal vom christlichen Glauben erzählt und von diesem Weg, davor hast du ein Buch gelesen, wo ich dir jetzt gesagt habe, das würde ich so nicht mehr weiterlesen und wir reden hier über Dinge, die du kennst aus dem Coaching-Bereich, also die Person hat auch damit zu tun und auch mit Spiritualität zu tun und kennt das schon vieles. Da sage ich, ja, dann habe ich den zweiten Tag und du erkennst schon, dass du im Thema Finanzen einfach da noch nicht die richtige Haltung hast und sagst, oh, das ist bei mir noch nicht so. Also ich meine, das war der zweite Tag. Und das sind einfach viele Christen noch nicht und da kann ich nur sagen, wenn diese Person jetzt echt in den Glauben kommt und wird neu geboren, dann wird diese Person, also das kann in richtig, richtig gute Richtungen gehen, aber ich kann euch auch sagen, der Teufel wird alles daran setzen, diese Person aufzuhalten, alles. Und dann ist es natürlich nicht gut, wenn man keine Gemeinschaft hat. Also wenn dann der Teufel einen dann noch von diesem Dienst wegzieht oder von mir wegzieht, dann wird es halt dann auch schon schwierig. Aber das wird der Teufel natürlich tun. Der wird ja alles dran setzen. Da haben wir ja auch in der Reihe dann Dienstanweisungen an einen Unterteufel, spreche ich da auch drüber, welche Listen der Teufel da anwendet, um Menschen da einfach fernzuhalten. Also sich einfach so zu erkennen, Mensch, was habe ich denn für Motivationen? Also was ist denn so eine gute geistige Haltung und eine weniger gute? Also das haben wir da, die Motivation. Der Teil 13 ist auch super von der Freude und anderen Gefühl. Diese Teile sind echt lang. Das sind eigentlich so wie so kleine Workshops, ja, also ohne, dass ihr was dabei arbeiten müsst. Aber in der Welt hat man gesagt, okay, man hat jetzt einfach ein Online-Seminar oder einen Vormittag, wo man zwei, drei Stunden sich mit dem Thema beschäftigt. Solchen Charakter haben diese Online-Seminare. Deswegen gehen die auch zum Teil so lang, zum Teil wirklich zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden. Aber da ist halt dann auch echt viel darüber gesagt und man hat so einen ganzen Pott an Wahrheit, den man dann einfach mal hat. Und diese von der Freude und anderen Gefühlen, da, das ist auch ein sehr gutes, sehr gutes Online-Seminar. Ich habe da überall Powerpoints gemacht und ich lese dort auch aus einer einfachen Bibelübersetzung, gar nicht Schlachter-Luther oder sowas, sondern aus der guten Nachricht-Bibel, weil das die ist, mit der ich am Anfang gearbeitet habe. Könnte ich jetzt auch nochmal einiges zu sagen, will ich aber nicht, das wird zu weit führen. Gott führt euch weiter. Also keine Scheu vor einfachen Bibelübersetzungen. Wenn ich aber jetzt habe, wie ich das jetzt in der Vergangenheit hatte, dass ich Gläubige habe, die eigentlich schon seit 30 Jahren dem christlichen Glauben hinterherlaufen und dann schon drei oder vier Jahre meinem Dienst folgen und dann sich immer noch mit einem neues Leben oder einer Hoffnung für alle Bibel beschäftigen, nur weil die sich halt so gut anhört und weil das einfach einen gut fühlen lässt, dann muss ich einfach sagen, dann stimmt da was nicht. Also man kommt da auch schon weiter, aber gerade so für den Anfang alles gut. Also ich habe auch dieser Person jetzt eine Bibel heute geschenkt, Neues Testament. Würde ich jetzt jemandem, der weiter ist, würde ich sagen, pass auf, nicht Bibel heute, weil da ist das und das, da fehlen zum Teil sogar Bibelferse, muss man echt sagen, es fehlen zum Teil wichtige Bibelferse, aber für den Anfang ist es einfach unerheblich. Es geht einfach darum, lauft los, lauft einfach los. Der Weg ist das Ziel, alles andere kommt auf den Weg. Es geht nicht darum, wo anzukommen, beziehungsweise das Einzige, wo wir ankommen wollen, das Einzige Ziel, das wir haben, ist, dass wir mit Gott ewig leben in der Ewigkeit. dass wir also auf diesem Weg bleiben, dass uns niemand unsere Krone stiehlt, dass wir in diesem lebendigen Glauben bleiben, dass wir nicht abgezogen werden, dass wir vom Teufel nicht verführt werden und dass wir dann am Ende auch tatsächlich in dieses ewige Leben dann auch mit dem Vater gehen. auch da, ich habe dann zum Beispiel die Person, die ich kennengelernt habe, das war, weiß ich nicht, ob das am ersten Tag war oder am zweiten, also es ging einfach alles so schnell, das ging einfach so schnell. Da habe ich dann vom ewigen Leben erzählt und dass halt das ewige Leben schon hier anfängt, in dieser Welt und nicht, erst wenn ich sterbe, dann gehe ich zu Gott und bin im ewigen Leben, sondern das ewige Leben ist, Gott und den, den er gesandt hat, zu erkennen, also Christus oder den, der ihn gesandt hat, Gott zu erkennen, und so rum, das ist schon das ewige Leben, das heißt, das ewige Leben beginnt hier, wir haben jetzt schon hier Reich Gottes, aber man muss halt auch dann da hineinwachsen, das geht erst los, ja, die Neugeburt ist der Anfang, man hat dann, man ist im Geist dann auch schon alles geworden, darüber rede ich an vielen Stellen, wäre für heute einfach zu viel, einfach entspannt, ihr kommt da auf den Weg und da wird auch alles gut werden und dann haben wir dieses ewige Leben und wandeln und dann sterben wir und gehen im Grunde genommen direkt über in die Ewigkeit, also ich werde, ich sage immer, ich werde nicht mehr sterben, natürlich wird mein physischer Körper sterben und dann habe ich dann halt über diese Dinge erzählt und dann sagt die Person zu mir, nein, dann wäre mir ja blöd, wenn man das nicht macht, wenn man diesen Weg nicht einschlägt, wenn das so viel Gutes bedeutet, denke ich, ja super, Halleluja, preisen wir Gott, ja dafür, für so eine Erkenntnis, an der sind viele, die sich Christen nennen, noch gar nicht dran gekommen, an so eine Erkenntnis, dass es unter Umständen das Beste für mich sein kann, diesen Weg einzuschlagen, weil die meisten hängen ja an ihrem Leben, an ihrem Ego, an ihrem Ich, an dem, was sie wollen und so weiter und bereit zu sein, das alles aufzugeben für das Neue, das Gott für einen hat und da, ich sage mal, ich hatte damals einfach nur gute Gedanken über Gott, die Gemeinde hat mir das angefangen, kaputt zu machen, aber ich hatte damals gute Gedanken, ich konnte damit umgehen, dass Gott Menschen in die Hölle wirft, aber ich bin jetzt ein Kind Gottes geworden und für mich gelten jetzt ganz andere Regeln und dann kommt die Gemeinde und sagt, ne, du bist noch kein Kind Gottes, du bist ein Sünder, wir sind keine Kinder Gottes, warum steht doch in der Bibel, dass ich ein Kind Gottes geworden bin, ich habe doch keinen Geist der Knechtschaft mehr, sondern in den Geist der Sohn schafft, dass ich rufe, aber Vater, ich bin jetzt ein Kind Gottes geworden, nein, wir sind immer noch alle Sünder, wisst ihr das und so, hat die Gemeinde mich eigentlich bestohlen um viele Dinge und deswegen spreche ich mich heute halt auch nicht grundsätzlich gegen Gemeinden aus oder gegen Gemeinschaften, christliche Gemeinschaften sind wichtig, wenn sie eines Sinnes sind und wenn sie richtig, nach dem richtigen trachten und dann ist das auch echt sehr schön, ja, und die engste christliche Gemeinschaft, die es gibt, ist Mann und Frau, das ist die engste christliche Gemeinschaft, die man hat, ja, die erste im Grunde genommen, dass Mann und Frau ein Fleisch werden und Gott ist in der Mitte, dann kommen die Kinder dazu, ja, und dann kommt, ist man quasi eine Familie, ja, und dann kommen noch andere dazu, aber als Mensch haben wir eigentlich die engste Gemeinschaft, natürlich wir mit Gott, ja, wir mit Jesus, aber was Mensch und Mensch angeht, also auf dieser horizontalen Ebene, haben wir, das engste ist die Ehe und das ist schon, also das ist, ich hoffe sehr, dass ich das nochmal erleben kann hier in dieser Welt, um einfach auch darüber reden zu können, also von daher wäre es halt schon gut, es ist ein Mann, der auch sich nicht scheut, ja, also es gab da schon mal so ein paar Kandidaten, wo ich dann so gedacht habe, Mensch, ja, das könnte ja irgendwie so sein und dann dachte ich, na, ist viel zu anstrengend, ist viel zu anstrengend, ich kann keinen Mann haben, brauche, mit dem ich per Mann nicht irgendwie über das Wort Gottes diskutieren muss, wisst ihr, das geht, das geht nicht, wie soll ich da dienen, ja, für das Reich Gottes, geschweige denn, auch Ehepaaren oder so, sagen, zu sagen, pass auf, wir machen das so, ja, mein Mann ist mit dem Herrn und als erstes Christus untergeordnet, ich bin mit Gott, dem Vater und als erstes Christus untergeordnet und natürlich kommen wir da und da auch an unsere Grenzen, aber mit Gottes Hilfe, so wahr uns Gott helfe, gehen wir mit den Situationen so und so und so um und dann halt auch als Ehepaar ein Vorbild sein, Salz und Licht der Erde, also so wünsche ich mir das und da gab es schon so ein paar Kandidaten, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich grundsätzlich ja und dann aber einfach sagen muss, naja, also wenn Gott das wirklich für mich hat, dass halt auch das dann einfach ein Bereich sein wird, in dem ich tätig bin zusammen mit meinem Mann, ja, vielleicht auch, dass wir gemeinsam bestimmte Dinge halt machen, weil der Mann ist halt das Familienoberhaupt, umso besser halt, wenn der Mann einfach da im echten Glauben wandelt. Ansonsten, ja, werde nur ich davon erzählen und vielleicht erzähle ich dann darüber, wie es ist, mit einem Namenschristenfreihalter zu sein, ich weiß es nicht, ich werde sehen, was Gott für mich hat. Aber wir sehen hier bei diesem Online-Seminar 13 von der Freude und anderen Gefühlen, dass halt viele Christen sehr gefühlsgesteuert sind und da spreche ich in diesem Teil darüber. Dann halt Teil 14, Heiligung und Rechtfertigung, definitiv das, primär vor der Heilungsreihe, da haben wir ein bisschen Basis und dann kann man auch mal in die Heilungsreihe gehen. Teil 15, auch natürlich wieder gut für alle, auch für den Anfang, den Teufel und seine Taktiken und Intrigen erkennen. Ah, sehe ich gerade, fehlt ein I, muss ich noch ergänzen. Dann Teil 16, Folge der Wahrheit im Geist, vollkommene Hingabe, ist auch absolutes Basic. Und dann kommen wir zu Teil 17, Offenbarung 2018, Teil 1 und Online-Seminar 19, Offenbarungen Teil 2. Diese beiden Teile sind auch sehr, sehr, sehr gut für den Anfang, weil in diesen beiden Teilen habe ich 5 Sachen pro Video aufgegriffen, also insgesamt 10 Sachen, die mir Gott am Anfang offenbart hat und die mir sehr geholfen haben. Ja, von Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes seine Gerechtigkeit oder ja, dass er mir das gezeigt hat mit, wie Mose die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also es waren 10 Sachen, die ich da aufgegriffen habe in diesen beiden Teilen, die so gut sind, die mir am Anfang Gott offenbart hat und die mir sehr geholfen haben. Und aus diesen 10 Teilen, diesen 10 Punkten, sind die beiden Teile entstanden. Wahrheiten, die frei machen, Teil 1 und Wahrheiten, die frei machen, Teil 2 ist ein gelbes und ein türkismes Heft, PDF. Die beiden plus diese beiden Seminare, da bekommt ihr schon wirklich so viel gute Nahrung. Macht diese Dinge, bevor ihr in diese anderen Video reingeht. Ihr müsst euch das so vorstellen, es sind Gläubige dabei, die gehen seit 2018 mit mir diesen Weg. So, die haben schon 6 Jahre auf dem Buckel, ja, also die sind schon 6 Jahre mitgelaufen. Das sind viele, mit denen kann ich heute ganz anders reden, weil einfach ein gewisses Fundament da ist. Und es geht halt am Anfang darum, dass man wirklich ein gutes Fundament hat. Und das sind die Dinge, die mir am Anfang geholfen haben und wo ich heute sagen bin, ich bin auf Felsen gegründet. Mich wirft keine Wirtschaftskrise um. Ich muss nicht Angst haben, dass wenn plötzlich Enteignungen kommen oder das Geld ist heute plötzlich nichts mehr wert, mache ich mir keine Gedanken. Ich weiß, zu wem ich gehöre. Ich kenne meinen Gott. Ich weiß, wer ich geworden bin. Ich weiß, was Christus für mich getan hat. Ich weiß, wo ich stehe. Und ich weiß, was dann für mich zu tun ist, damit ich neues Geld generiere mit der Kraft Gottes. Ich brauche keine Angst zu haben vor diesen Dingen. Ich gehöre hier nicht mehr her, obwohl ich hier lebe. Ich bin einfach so auf Felsen gegründet und das wünsche ich einfach jedem Gläubigen. Und jetzt nach sechs Jahren ist es jetzt echt dran gewesen. Und ich bin dieser Begegnung echt in Spanien so dankbar, weil das letztendlich jetzt auch dazu geführt hat, dass ich plötzlich dahin kam, okay, ich glaube, ich soll das machen. Es braucht jetzt ein bisschen Plan. Dann der Teil 18, Liebe und Barmherzigkeit, ist auch ein sehr wichtiges Video. Dort geht es darum, dass man, ihr müsst es so sehen, es ist so, dass der Mensch gefallen ist. Ja, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Das heißt, wir haben den Menschen und wir haben dieses komische Verhalten, was an diesem Menschen klebt, wofür Jesus gestorben ist. Das heißt, Gott nimmt eine Trennung vor zwischen Mensch und Verhalten. Das können viele Menschen in der Welt sowieso nicht. Ich habe das tatsächlich damals ganz genau so gelehrt, ohne zu wissen, dass es biblisch ist. Dass ich gesagt habe, Gott liebt mich als Mensch, aber das, was an mir klebt, das hasst er. Das ist möglich. Ich kann etwas, ich kann einen Menschen lieben, aber was an ihm klebt, hassen. Und das ist bei Gott so gewesen. Oder ist bei ihm so. Und deshalb konnte er Jesus opfern für unsere Sündhaftigkeit, sodass wir reingewaschen sind und wir quasi vor Gott vollkommen rein und heilig dastehen, obwohl wir immer noch sündigen. Und deswegen sind diese Lehren, dass man sagt, wir sind immer noch Sünder, das stimmt so nicht. Es gibt einen Beitrag, der heißt, Sünder sündigen, Kinder Gottes leben. Vielleicht da einen kurzen Hinweis zu den Telegram-Podcasts. Wenn ihr bei Telegram seid, wie gesagt, da ist auch einiges halt einfach schon harte Kost. Also guckt einfach, wie ihr es dosiert. Aber dort gibt es eine Suchfunktion. Und ihr könnt dort zum Beispiel, wenn ihr dort zum Beispiel eingebt, Sünder, dann kriegt ihr all die Beiträge angezeigt, wo ich in der Infobox irgendwo das Wort Sünder verwendet habe. So könnt ihr zum Beispiel auch vorgehen. Ihr könnt dann einfach sagen, okay, ich weiß nicht so genau, was jetzt Gott möchte, was ich mir anhöre oder was ich angucke oder was ich lesen soll. Ich habe jetzt aber irgendeinen Eindruck, ich gebe mal den Begriff Liebe ein im Broadcast. Und dann werdet ihr zu Beiträgen geleitet. Und dann wisst ihr schon, was der Heilige Geist sagt, was ihr euch jetzt anhören sollt und wo ihr vielleicht mal die Infobox lesen sollt oder vielleicht mal ein paar Bibelstellen nachschlagen sollt. So könnt ihr das alles nutzen. Im Broadcast gibt es keine Videos grundsätzlich. Und für die Homepage habe ich oder für den Medienbereich habe ich nicht den Eindruck gehabt, eine Suchfunktion einzurichten. sage ich euch dann, wenn wir noch mal dann zu den Themenbereichen kommen. Vielleicht mache ich dazu auch dann gleich noch mal ein neues Video, weil wir sind jetzt echt schon bei anderthalb Stunden. Aber seht es einfach als Workshop, wie ihr mit der Plattform umgeht und wie ihr einfach jetzt schon ein paar Dinge einfach auch wisst. Okay, gut, das habe ich jetzt mal im Kopf, das gucke ich vielleicht mal als nächstes. Also Liebe und Barmherzigkeit, auch ein super Online-Seminar und natürlich absolut genial, Teil 20. Ja, also kann ich immer wieder empfehlen, weil wir sind freigekauft worden aus dem Fluch und sind reingewachsen in den Segen. Ist echt ein sehr, sehr, sehr gutes Online-Seminar, wo der Herr mir Bilder gegeben hat, wie ich es echt in der PowerPoint bildlich dargestellt habe, dass man halt einfach mal sieht, okay, wo geht es denn für mich hin, so im Glauben, was das angeht. Und dann würde ich hier jetzt mal Stopp machen und dann mache ich noch einen zweiten Teil mit der Plattform. Ich habe jetzt einfach ein bisschen Weile ausgeholt, gerade diesen Broadcast und Seminarbereich, dass ihr einfach ein bisschen wisst, Mensch, was gibt es denn da schon und was kann da jetzt einfach was für mich sein oder was schiebe ich jetzt einfach mal die nächsten zwei Jahre nach hinten. Es ist eh ein Lebensprojekt. Gut, also so viel dazu und dann mache ich gleich weiter mit dem Teil 3b. Wie wird das dann? Ja, bis dahin. Shalom.